Hallo du Aha Okay, wie du das sagst, könnt ihr also nicht an dem Tor vorbei, gut zu wissen Ah, hier Ah, ja, da sieht mehr danach aus Da kann ich runterhüppen und dann bin ich da, wo ich hin will Kiste Blitzkappe, die ist neu Ich frage mich nicht, warum Eiko Verstärkt Ansatz-Elemente Donner und Himmel Auge um Auge und Bestientöse Ich weiß nicht, ob er schon Auge um Auge hat Nein, hat er nicht Yay, dann kann er es lernen Ist es nicht großartig So Gut, dann können wir ja jetzt nach einem Ort für Lily suchen Maido Oh yeah Ein Dorf voller Ich muss gerade noch wer an die schwarze Magier denken Ah Aha, wenn es darauf ankommt, wissen die wohl, was gemeint ist. So. Wissen wir jetzt, wo wir Lily hinbringen können? Ey, das ist eine Truhe. Also dann bringen wir die Prinzessin mal hierher. Okay. Ich scheine nur, ob sie dann so richtig. Zu reagieren. Menno. Oh, jetzt ist sie wieder schnell dabei mit den Anschöderungen. Aber hey, sie sind süchtig. Die Kleine wird öffnen. Mädchen. Toller Name. Oh, Mann. Ist klar, woran Aigo wieder denkt. Früggereifes Frisch-Tieren. Früggereifes Frisch-Tieren. Hab ich halt Frischchen gesagt? Früchtchen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, die Nachricht ist so grob angekommen. So, ich hoffe, ihr stellt hier nicht alles zu, dass ich gleich noch an die Truhe komme, bitte. Oh, Steiner, leg nicht schon wieder los damit, ey, ernsthaft. Fräger ist auch noch ganz schön abgeklärt, was das angeht. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, jetzt ist es einfach wieder auf. Fräger, geh aus dem Weg. Ich würde in die Truhe kommen können. Du wirst gleich raus mit der Sprache. Bäm. Das Luftschiff mit dem großen Auge. Bäm, die Terraner haben mal eins zerstört und die Esper versucht auszulöschen. Oder was auch immer. Okay, das war jetzt von mir erfunden, ey. Keine Ahnung, warum die da angegriffen haben, aber hey. Ja, die Terraner haben da irgendwie ihre Finger im Spiel. Terraner, Starcraft, egal. Ach, Steiner. Oh Mann, ey. Scheint ihr hier hat noch fast jeder nur offensichtliche Rechnung. Eine offene Rechnung, meine ich. Lilly mit der Sache mit dem Luftschiff. Sie dann mit, keine Ahnung was. Lilly mit den Schwarzmagiern vielleicht noch. Genau, das macht das Licht. Hört sich richtig pfui an. Mädel, ich weiß da nicht, was du jetzt schon wieder denkst. Ja, dann ist es irgendwie doch nicht so ganz er selbst. Ich will die Truhe haben. Und wehe, der Freya stellt sich mir hinweg. Danke. So, es brach. Meine Licks hier. Nein, nein. So, hier gab es irgendwo noch mehr Spielereien. Äh, Dichter, den hat er schon angesprochen. Dichter. Drüben geht es noch irgendwo hin. Äh, was? Jigs, das sieht alles seltsam aus wie. Boah. Alter, die, 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 die Ausdrucksweise hier. Ich kann kratzen. Ein Haus. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die sich ein schönes Wohnzimmer einrichten. Hey, Truhe. Danke sehr. Aha. Aha, 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 aha. Hol doch einfach den Morgi da raus, du Nase. Mollok. E-B-Jay. Mollok. Ja. Mollok Mognath. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Brief an Morgretzuma wird gemacht. Mockshop. Wir können kaufen. Wir können sogar ziemlich viel Skrams kaufen. Dann werde ich mal so ein bisschen aufstocken. Dann habe ich noch keinen. Oh, ich sehe, hier kann man doch noch heiligen Bier gekauft. So real kann man, ihr seht, was wir geklaut haben. Das ist Scheiß, der richtig Geld wert ist. Ich bin ein Biskup. Davon bitte noch ein paar mehr, einfach der Werte wegen. Blitzkappel. Blitzkappel. Hey, Adamant's gut. Bladinhelm. Mehr neuer Kram. Gut, dass ich so viel Geld habe. Wachenreife. So, das passt schon. So. Mystiker können wir uns jetzt nicht angucken, aber... Ah, nee, 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 nee. Kein aber. Doch, aber speichern. Speichern, nicht speichern. So. Bisschen neues Kripp für Steiner und Feier? Schadet sicher nicht. Ja. Also irgendwie scheinen die Terraner sehr viel mehr über den ganzen Scheiß mit zwei Welten und bla und blub im Bild zu sein, als die Leute in Gaia, also da, wo wir herkommen. Leider scheinen die da auch ihre Pläne zu haben. Anpassung. Seelen. Warten. Die sind hier alle irgendwie freaky drauf. Hey, Dude. Aha. Okay, gut. Gehen wir mal nachher hin. Ihr werdet denken, hä, wo wir dann jetzt hin? Ja, ganz einfach. Ich wusste noch, dass dieses Ding hier zwei Eingänge hat. Ist es nicht hübsch? Ja. Äh, ja. Und das Laboratorium ist die Treppe runter. Das Wort. So, hier wartet die Kleine auf uns. Bitte noch nicht alles auslösen. Okay. Im Klartext. Gehen, Forschung. Wer nicht viel erzählt, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Gut, holen wir uns mal unser Mädel ab. Halt, nein. Ah, verdammt. Jetzt habe ich was vergessen. Ich wollte eigentlich noch Links von ihr nach Truhen schicken. Oh, Mann, ey. Zidane lädt die Sarkasmusgewehr. Zack, zack, volle Breitseite. Ja, gut. Wer es noch nicht gemerkt hat, Zidane scheint auch von hier zu kommen. Es ist offensichtlich, dass er sich auch von ihnen unterscheidet. Irgendwas ist mit ihm anders und besonders. Abgesehen davon, dass er aus der falschen Welt kommt. Aber wohl, irgendwie kommt er auch von hier. Ja, und Genome, so nennen sich diese Leute. Also im Prinzip alle mit Appenschwanz und blonden Haaren sind Genome. Freilich unkreativer Name, aber hey. Ja, und jetzt wissen wir auch, was das blaue Leuchten ist, an das er sich erinnert. Er hat ja mal erzählt, in dem Dorf der Schwarzen Magier, alles, woran er sich ändert, dann ist das blaue Leuchten. Ich dachte, er ist vielleicht das Meer oder so. Ja, nee, es sind diese ganzen verrückten Apparaturen und Lampen hier. Nicht so ganz, was man wissen wollte. Dann scheint das alles echt anzugrätzen. Ja, der hat richtig schlechte Laune. Gut, hätte ich auch. Glaube ich, ja, ich glaube, ich hätte auch so richtig schlechte Laune. Oh, ich bin was Besonderes. Natürlich sind wir was Besonderes. Hier ist der Hauptcharakter, verdammt. Garland. Na, wer kennt den Namen noch? Gummipunkt für den, der ist weiß. Der ist noch weiß. Und es zu Anfang des LPs noch nicht wusste. So, ich wusste es. diese langen Gegenstandsfronten vorne vorm Bildschirm sind einfach verdächtig. Da kann man so gut eine Truhe oder blinde Gegenstände wie denen jetzt gerade einfach verstecken. Es riecht einfach danach. Und ich möchte anmerken, schau dir mal dieses Dreieck da an. Ändert sich noch wer daran, wie es so ähnlich aussah beim Geruchstein, wo wir den besorgt haben, wo wir die Arche bekämpft haben? So, aber jetzt erstmal weiter mit der Story. Garland, ja. Verwalter für Planeten. Boah. Eine Buchführung. So, Bürohengst. In Eul Werthal konnte man, habt ihr euch vielleicht erinnert, oder ihr erinnert euch vielleicht, in Eul Werthal haben wir gelesen, dass die Zivilisation auf Terra verdarbt. Die Bealterung der Planeten, die Städte ging ihrem Höhepunkt und danach ihrem Niedergang entgegen, etc. Materianer, so heißen sie. Wo, warum, was auch immer dieses komische I da soll. Ich meine, es heißt Terra, warum heißen die plötzlich Terriana? Ich meine, keine Terrier. Aber gut, okay. Sie heißen jetzt halt Terriana. Ja, und das scheint so deren Überlebensstrategie zu sein. Sie kapern quasi andere Planeten, während ihre Seelen irgendwie in so einem Kristall oder irgendwo schlafen und die Genome ihre Arbeit tun und sich an den neuen Planeten anpassen und dann kommen die Seelen wieder raus und plopp, und die Terriana sind wieder da. Ich glaube, wir müssen uns mal mit Garland unterhalten. Der scheint irgendwie nicht so ganz unser Freund zu sein. Im Prinzip, er hat Gaia klein gehalten. Dieses Gerät kennen wir fast schon aus Final Fantasy VII mit der Seele des Planeten und so. Hat hier einen etwas geringeren Stellenwert und wird hier nicht ganz so ins Einzelne zerlegt, aber... naja. Ist trotzdem nicht minder wichtig. Also er will quasi nicht nur einfach das Land erobern, sondern er will irgendwie so die Seele des Planeten selbst übernehmen. Wie auch immer er das tut. Wie auch immer er das anstellen kann. Das steht doch auch gar nicht. Mein Alkohol, sei nicht so übertrieben. Oh, eine Bitte. Von Frau zu Frau. Und von Espa zu Espa und von Freundin zu Freundin. Ach ja, Eikon. Also dann. Gehen wir sie dann suchen. Gehen wir erstmal Eikon ausrüsten. Let's Kappe. Ach und sie sind Adamans Hut haben wir auch noch, ne? Da. AP20 und Pokerherz. Da ist Gewandheit drauf. Aber Zauber geht runter. Wille? Nee. Nee. Nee, auch nicht. Lassen wir erstmal alles so dies ist. Was ist das für eine A.T.E.? Heimat! Ja. Geht dann. Du hast deine Heimat gefunden. Oh, nee. Quina, warte. Stimmt, die eiert ihr hier auch noch rum. Genauso wie Mahagon und Vivi hier eigentlich irgendwo rum eiern müssten. Wasch für ein großer Stein. Riesiger Steinbackofen. Ja, Quina, ist klar. Die warten darauf, dass die Pizza fertig wird, ohne den Ofen anzumachen. Ein riesiger Pizzabackofen. Deswegen auch die Annäherndrunde formen. Unten sind die kleinen Pizzen. Oben die große. Und hey, jetzt wissen wir immerhin, Seelenkristall schmeckt, also falls das so ein Seelenkristall ist, schmeckt salzig. Bisschen zu mir. Hey. Wie kann man Quina eigentlich, ich weiß nicht, nicht übersehen, oder so? Das finde ich eine ziemlich witzige Aussage. Dafür, dass Quina ja sonst eigentlich so ein Nichtschecker ist. Wenn du da so rumstehst, kann man dich gar nicht von ihm unterscheiden. Das ist echt irgendwie so creepy, genau so unheimlich. Ich glaube, Quina hat noch nicht mehr begriffen, dass wir hier irgendwie in einer anderen Welt sind. Es geht irgendwie alles an ihm vorbei. Naja, zackt das Ebenbild und so ganz. Erfolgt euch abgelenkt. Oh, oh, oh. Quina merkt was. Oh, Moment. Was? Weg. Gut, wir können uns wieder bewegen. Ähm, Truhe hatten wir besorgt. Äh, ja. Hey, Ate. Wo die Seelen zu finden sind. Mahagon und Kvivi bleiben noch. Ich habe das Gefühl, dass es Kvivi ist. Yay, Kvivi. Die Musik hat, finde ich, irgendwann alles echt einschläferndes. Aber hey, ihr dürft einschlafen. Ich muss wach bleiben. Ja, Kvivi immer ganz nett und lieb. Ja, unten links im Bild war sie gewesen. Die sind es gerade nach links aus dem Screen gegangen. Tja. So alt wie Kvivi sind die, glaube ich, nicht. Und wenn man bedenkt, dass Terra schon vor einer ganzen Weile untergegangen ist, überlegt, wie altäu wird außer. Dann gammeln die hier schon so eine ganze Weile rum. Das sieht dann halt überhaupt nicht richtig zu. Ja, da hat man wohl recht. Ähnlich wie die Schwarzmagier sind die hier irgendwie alle ziemlich leer. Und naja, wie über den Schwarzmagier. Entschuldigung, wenn ich in dem Dorf hier etwas schweigsam bin, aber das ist einfach eine Stelle, die ganz viel darüber arbeitet, auch die Tanzstimmung einzufangen und so. Also finde ich, ist ja die Musik wieder ganz wichtig. Ja, und deshalb werde ich vor allem wegen den... Während den Dialogen wenig reden, also während wichtigen Dialogen wenig reden, während sowas so. Also es geht immer um dieses Blau zu Rot, Gaia zu Terra. Ich kenne ihn schon. Geht's da irgendwo rein? Nee. Hier, hier kenne ich schon. Äh, dann müssen sie dann jetzt hier sein, wenn man so die Linien verfolgt. Yay, Machagon! Seine Bedeutung. Ja! Äh, wo ist sie dann denn jetzt hin? Offenbar weit weg. Oder ist gerade einfach nur ein bisschen laufbraun. Wie weit noch, bis wir da sind? Danke! Das Pandämonium. Das Pandämonium. Tja, dann macht sie das Ganze gerade sehr einfach. Das Problem ist, erscheint die Sache gerade dadurch, auf den Kopf zu treffen. Das ist ganz ehrlich, die Familie, die ich mir wünsche, ist das nicht. Sie sich darum kümmern. Ja, jetzt kommt er hier hin und macht so den Genom-Genozid-Genomoziden. Ha, ha, ha. Räumt sie alle auf. Sie sind die Gefahr für die Welt, die er liebt. Und ist quasi, er ist mit ihnen verwandt, deswegen ist es sein Job, sich darum zu kümmern. Und er tötet sie alle. Keinen lässt er am Leben. Inklusive Gala. Na, okay, just kidding. Äh. Ja, auch Machagon hier auch wieder, ne? Der weiß genau das mit sie dann, weil es nicht stimmt. Aber hey, erstmal ganz cool bleiben. Na, seht ihr? Der weiß genau das, was nicht stimmt. Jetzt zeigt's halt nur nicht so. Übrigens, hallo, Mann. Ja, mischt mir meine ganze Gruppe durcheinander. Also theoretisch hat er doch auch noch was zu lernen, nämlich die, äh, na, Lehre der Ninja. Bloß die hat gerade, äh, Steiner. Äh, warte, komm ich nicht von hier? Doch, von hier komm ich. Äh, aber wir wissen jetzt eigentlich, wo sie dann lang ist. Also können wir eigentlich wieder zurück. Wir wollen vielleicht ja noch ein paar Leute mitnehmen, ne? Ja, bisschen ausruhen, bisschen HP, MP, bla. Schadet sich ja nicht. Wird ja auch für die Leute galt, die nicht dabei sind. Steinerchen. Oh, Steiner. Halt die Klappe. Okay, hier ist nichts mit mitnehmen. Mit mitnehmen, ja, ist klar. Gut, wir können ja mal kurz gucken. Vivi eiert durchs Dorf. Quina eiert durchs Dorf. Zidane ist oben. Ähm. Lilly liegt im Bett. Freizeit.